Willkommen zurück zu Minecraft Together! Was machst du denn hier? Wollte dich nur ein bisschen erschrecken. Der Heiko ist heute gar nicht dabei, müssen wir sagen. Ja stimmt, was sollen wir denn machen, wenn dir was nicht geht? Wir bleiben im Urlaub und jetzt sind wir total aufgeschmissen, ey! Wir können nix mehr. Weißt du, als Protest, ne? Ja, sehr geil. Sprenge ich mich hier in die Luft aus Protest, genau hier. Aber guck mal, die Kornfarm funktioniert. Ja? Oh ja! Wird nur nicht in den Kanister da gepumpt. Ja, scheiße! Hoffentlich ist das... Oh, gut, das ME-System ist an. Always activated, Stack-Mode. Ich schmeiße jetzt mal alles hier rein, wenn ich es so hab. Move stacks of items. Weißt du, was ich cool fände, wenn ich in dieses Safari-Netz auch dich reinmachen könnte? Zum Schießen, oder was? Ja, aber wär voll awesome. Du läufst dann draußen rum, hast fünf so Eier dabei, dann kommt ein gegnerischer Spieler auf einen PvP-System und du spawnst so fünf deiner Kollegen. So, zack, 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 zack. Ja, das wäre geil. Auch geil. Ach, guck mal da rein. Ich sag grad, der schickt ja gar nix da rein, die Weed-Farm, ne? Ja. Guck mal in der Kanister hier rein, wie viel da drin ist. 9600 Stück. Also, ich würde sagen, die funktioniert. Ich glaub auch. Sehr gut. Aber warte, ich wollte Glas haben und noch ein paar Steine. Awesome. Weil ich mein, der Taiko nicht da ist, sondern uns ja nicht bremsen, irgendwas zu bauen, ne? Ne. Vielleicht bauen wir jetzt mal ein bisschen produktiver. Der lenkt uns immer ab mit den neuen Maschinen hier. Ja. So, ich nehm erstmal den ganzen Marble da raus, der da drin ist. Den brauch ich. Und... Wie hoch wolltest du den Scheiß denn da noch bauen? Ja, ich brauch den ja auch für innen, ne? Achso, okay. Aber Megaprojekt hat mein Haus ja jetzt auch mal Formen angenommen, ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja doch. Ich hab ja auch ein bisschen voraufgenommen. Ja. Wofür brauchst du denn den Lapis letztens? Äh, was hab ich da nochmal gemacht? Irgendeine Maschine. Na, ich komm ja nicht mehr drauf. Irgendwas Advanced Circuit musste ich bauen. Achso. Ja, ja. Da ist halt, glaub ich, drin, oder? Und da braucht man den für. Vor allem, das war so geil. Vor sechs oder acht Folgen haben mir die Leute geschrieben, äh... Irgendwie, ja, bald explodiert bei dir alles, ne? Ja. Weil ich so viel Strom da dran hängen hatte, ne? Und, ähm... Dann, äh... Ist aber nix passiert, so. Obwohl ich noch mehr Solarpanels dazu gepackt hab. Und jetzt gestern schließe ich so irgendwann an und dann so BAM! Rotary Macerator weg und mein Kompressor, so. Ah, hahaha. Ja, war die Stromspannung zu hoch? Ja, ich hab jetzt so'n MV und so'n LV dazwischen. Jetzt... Jetzt geht's. Ja, okay. Überleg mal, du hast so voll die megateure Maschine, so aus Ultimate oder so. Was ist denn hier passiert? Hat mir einer Basalt geklaut, oder? What? Ich hab nix gemerkt, so. Hier fehlen drei Stück. What? Hier fehlen drei Stone! Ja, ich will wissen, wer das war! Ich will aber wissen, wer das war, auch. Ich? Du warst das? Da sind doch meine Bälle reingeflogen. Ach so! Yeah, man! Aha! Also, also doch! War ich nicht, war ich nicht! Ja, Basalt, was weiß ich was du da meinst! Ja, geil, hier! Basalt, Basalt! Jetzt reihe ich erstmal hier die Zwischendecke wieder raus, da muss weg! Aber die Homo-Geddon ist ja erschreckend gut angekommen, ne? Ja! Also jetzt immer Homo-Geddon, ach! Oh ne lieber ne! Und einer wieder so! Boah, da denn die Wohllosigkeit steigt aber in letzter Zeit! Oh! Dann hat er meinen Meat Boy LP noch nicht gesehen! Haha! Wieso ist das noch schlimmer? Ja, da sag ich auch immer, da... Scheiße! Da redet der Peter auch immer... Macht Peter auch immer G-Edition? Haha! Ne, nur Fäkalsachen! Ah, ok! Fäkalsachen! Ok! Leckere Fäkalsachen! So, wieder rein hier! So, warte mal! Ich baue jetzt mal hier mal schön die Scheiße fertig! Ehrlich! Das ist wie in einem anderen Projekt! Da wird nix fertig gebaut, weißt du? Ja, ehrlich! Nix! Und irgendwann so, lass mal ne neue Welt machen! Haha! Ja, ich find das so erschreckend, weil das ist ja auch bei viel ZBs halt so, man kommt immer von Höckskin auf Stöckskin so, ne? Ja, stimmt! Immer! Aber ich mein, ich hab jetzt mal genug vom Craften, heute will ich noch ein bisschen bauen! Ja, ich auch! So ein bisschen, also... Von erst sagen sie alle Craften doch mal was, dann craften wir nur noch und dann ja, baut doch mal was! Ja! So, ne? Oh, ich hätte eigentlich mal nen anderen Zauber-Shop hier nehmen können! So vom Craften her sind wir ja jetzt erstmal so weit, ne? Ja, doch! Ich mein, wenn Heiko nicht da wär, hätten wir glaub ich... Nix! Was hat mich denn da gehauen, ey? So ne Spinne hier! Verpiss dich! Ich hab ne Rail... Ey! Hä, wofür? Ich wollte grad mal hier so ein paar Brötchen machen! Boah, die Turtle geht immer noch nicht! Wieso geht die Turtle denn nicht, Peter? Wieso geht die Turtle denn nicht, Peter? Dann programme ich die jetzt einfach mal... Mach, mach schreibst du da rein, ne? Genau! Im Viereckfahrenfotze schreibst du jetzt hin! Ernte... Jetzt! No such Programm! Geil wär, wenn die Turtle jetzt fragt, was? Pflanze neu, Farkiste! Farkiste! So, ich hab jetzt... Ernte jetzt, Pflanze neu, Farkiste! Okay! Hoffe! Go! 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 WTF? Go geht sogar! Direction, Distance! Ich hatte ne supergeile Idee für... Wenn man Megaprojekt mal verlassen würde! Ja! Warte hin! Und zwar, ich sag mal so, ich mach jetzt 8 Turtles! Okay! Hinter so, wie so Rolltoren, was der... Was ein anderer da auch schon gebaut hat! Ja! So, und quasi machst du dann so einen Schalter in deinem Haus! Wenn einer da drauf geht, gehen die Rolltore hoch! Dann fahren da 8 Turtles raus! Ja! Die dann zu 8 verschiedene Grundstücke fahren und dann den Nuke planten! LOL! Und die ja denkt so, what the fuck! Hier fällt voll die Turtles rum! Mach gar nix! Was macht die Turtle denn da? Und auf einmal so plant... Oh! Fuck! Pfff! Wär bestimmt geil! Wär ich dabei, wenn ihr sowas machen wollen würdest! Also sollte sowas mal zufällig passieren in dem Projekt? Wir waren's nicht! Ja! Also das... Vor allem nicht, wenn die Turtle Porno Klaus heißt! Dann kann man ausschließen, dass wir es waren! Genau! Also heißt ja meine Turtle, die heißt Porno Klaus! Ah, sehr gut! Ja, der Klaus! Kannst du dir den Klaus vorstellen bei so einem Porno? Will ich gar nicht! Der, der gab da mal so ein Spiel, so Engelchen oder Teufelchen, kennst du das? Ähm, ne! Da musstest du irgendwie so sexuelle Fragen beantworten! Okay! Und da war dann auch, ähm, hast du schon mal eine Frau in den Mund gespritzt? Oder Anal-Stacks! Solche Sachen waren da drin! Und dann der Klaus immer, ja, ja! Weißt du? Also wir gucken den Klaus so an! Und dann, ne, das war da gerade in Mode! Was denn? Was war denn da gerade in Mode? Ich glaube, Anal! Anpinkel, ne, war da gerade in Mode, als der Klaus da mitgemacht hat, ne? Ja! Da bin ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen! Und das ist nur witzig, ja? Also Mario, wenn er dem Klaus erzählt, ne? Stellt er nicht so dramatisch dar! Ja, genau! Aber, aber er sagte, er guckt das nicht mehr! Daran können wir das jetzt sehen, ob er es wirklich nicht mehr guckt! Ja! Der Mario sagt das! Ja, also wenn er, ähm, wenn er das erzählt, dann guckt das wohl dann auch! Weißt du? Der, der, der guckt das nicht mehr, oder was? Und dann soll ich zu seinem Geburtstag kommen! Haha! Ja, da muss ich auch noch gucken, ob da Zeit ist! Ja, muss ich auch noch! Weil das ist ja 28.12. Jaaa! Da ist doch ne Zeit, da ist man meist immer irgendwo so, mit Familie und so'n Scheiß! Ja, eben! Aber muss ich gucken! Das ist ne blöde Zeit! Ich glaube die... Sollen wir da nicht ne Folge die Party-Crasher drehen? Hahaha! Die Party-Vernichter! Ja! Die Party-Steiniger! Komm, du brauchst wieder oben dein, 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 dein Ego-Haus weiter, ne? Ich mach hier Gemeinschaftsprojekte! Ach ja! Jetzt auf einmal, weißt du! 200 Folgen stand da oben auf der Zinne und hat da gecastet für sich! Und jetzt... Boah, ich bin total sozial und so! Hahaha! Hahaha! Ja klar! Laber doch nicht! Hahaha! Ich mach was für, für mein Geld! Hahaha! Ich hab hier, ich hab ja schon ne Treppe hier hoch! Warum brauch ich hier noch eine? Notausgang, kennst du doch! Sicherheitsbestimmungen für die Feuerwehr! Ah! Okay, alles klar! Oh man! Ah ja, ich hab ja noch ein Heißgetränk stehen! Bevor es denn kalt getränkt wird! Ach genau! Und ich, ich wollte hier mal fragen, ob... Oh! Zombie! Zombie! Stirb! Oh! Rechts-Diraggern! Ähm... Ob irgendjemand in NRW wohnt und ein Studio hat, wo ich mal Aufnahmen machen könnte! Hahaha! Was wolltest du denn aufnehmen? Ja, eher so Gesangssachen! Achso, okay! Weil, ähm... Ich hab keinen Kompressor und so und irgendwie nervt das so langsam! Guck doch, auf der Arbeit haben wir einen Kompressor! Ja, Roffel! Den hab ich dann nur im Hintergrund an, wenn ich Mucke aufnehmen soll! Genau! Ohhhh! So, total lol! Hahaha! Soooo! Ja? Junglewood! Ich wollte es ja auch mal meinen, meinen Häuschen meint! Kann ja so nicht angehen! Und unten, das ist ja jetzt meins, hast du gesagt, ne? Warte, die beiden Räumchen da? Ja, hier vor! Ja, du hast ja da so quasi so eine feindliche Übernahme gemacht! Ne, ich hab einfach nur, ähm... Ja, feindlich über... übernommen! Hahaha! Ja, eben! Ja, okay! Okay! Dann sind wir uns, was die Sache angeht, ja einig, ne? Genau, dann passt das! Obwohl, hier könnte ich mit Frames ja ein Rolltor reinmachen! Boah, das wär geil! So, Börbel! Och, hier hab doch... Aber warte, ich hab die Idee und ausführmuster der Heiko! Ich kann das nicht! Muss er nächstes Mal machen, ne? Genau! Heiko, Rolltor! Also, wenn du das nächstes Mal siehst hier... Ähm, wir hatten ja mal die Überlegung, ähm... Soll ich das jetzt erzählen? Ne, erzähl ich jetzt in der nächsten Folge, also... Ja! Finde ich auch! Wenn er in der nächsten Folge mal hört, da hab ich... hatte ich ne Überlegung! So volle Idee hatte der... Genau, volle Idee! Aber Alter, jetzt sind hier drei verschiedene Holzsorten, wollen die mich verarschen! Was ist das denn hier? Wo am Boden? Spruce Wood? Was ist denn Spruce Wood? Weiß ich auch nicht! Wir haben ihn nie gehört! Sp... Ne, da tausche ich mal aus gegen Jungle Wood! Jungle Wood! Oder Wood! Genau, wir brauchen noch einen afroamerikanischen Mitspieler! Bist du rassistisch, ey? Nein! Nein? Okay! Nicht? Oh, warte! Nein, du bist nicht rassistisch? Okay! Na, bin ich nicht! Ach so! Oder ist das dann... oder ist das dann gut? That's news to me! So! Erstmal Treppen hier! Wenn du fertig bist, komm ich mit meinem Stab rüber und tausche wieder alles! Bin ich fertig? Wenn du das machst, ne? Dann drücke ich einen Knopf! Und dann willst du nicht wissen, was passiert! Ja, toll! Dann geht die Tür auf, oder was? Ja, zum Beispiel! Dann geht eine Tür auf, aber eine andere schließt sich auch für immer! Das hört sich ja interessant an! Ich bin gewählt, das auszuprobieren! Ja, willst du rüberkommen und auf den Knopf drücken? Ne, später! Ist wie bei Lost, ne? Ja, dann wachst du in einem Krankenhaus auf und merkst, da hat er gar keinen Displayabiss! Ja, dann explodiert bei dir im Zimmer, bei dir in der Aufnahmekabine so ein Ding! Und dann hast du Gedächtnisverlust! Boah! Und dann kommst du ins Krankenhaus und erzählst, wer da nicht eigentlich schwulen Pornodarsteller bin, ne? Nein, ich erzähle dir dann, du wärst the dead cheap! Und ich, und ich, und ich bin debitual P! Achso! So mach ich das dann, weißt du? Ja, krass! Und die Kontakte, die merken wahrscheinlich auch nix! Ne, nein, die merken auch nix! Das ist Quatsch! Ja, okay! Dann, dann passt das doch! Du glaubst gar nicht, wie oberflächlich die Welt geworden ist! Und nicht mehr drauf achte, was man so macht! Ja, da musst du nur dran stehen! Oh! Ich hab Computer, du nicht! Hast du nix? Was willst du denn mit Computern? Ich weiß es nicht! Ich kann es dir nicht sagen! Das wäre geil, wenn man in Minecraft spielen könnte auf dem Computer! Boah, das wäre voll krass! Das wäre so richtig sinnlos, aber auch cool! Gibt es doch! Ja? Es gibt in Minecraft einen Browser! Ja! Wo du dann surfen kannst drin! Ah! Ist aber eigentlich... Hörst du das? Ja, ganz, ganz leise! Was ist das? Jetzt bohrt hier wieder ein Ochser! Der bohrt hier schon drei Tage lang! Boah! Geht da mal hoch und sagt, der soll mal ein bisschen reinhauen! Auf der Arbeit können wir halt auch nicht so machen! Ne, nicht um die Uhrzeit! So, aber ich würde sagen, bis in der nächsten Folge! Tschüss! Ja, tschüss!